Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Parallel zur Warnstrecke von Schilder an der Kasse im Weißrück. Da läuft eine Brücke. Die Verlagerung ist ein Zustrücken. Züberstreifen, Zügelauten. Das ist ein Schilderteil. Zügelauten. 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 die so bleibt sind So, hier sind wir die Hände, und hier geht es an der anderen Brücke. So, über den Schienen hakt es noch von der Kanonenbahn, wo aber der Zugang so schwer ist, dass man eigentlich den richtigen Weg sparen kann. Okay.